Wenn ich das Maskottchen des SWR wäre und Johann Lafer zu Besuch kommt, dann würde ich mir so langsam mal Sorgen machen. Natürlich muss ich der Elch keine Sorgen machen. Der sympathische Fernsehkoch hat in Deutschland zahlreiche Fans. Seine Fernsehsendungen Lafer Lichter Legos sind Kult. Und das bei einer Gesellschaft, die gerne mal Fast Food isst. Hunderttausende begleiten Lafer an der Flimmerkiste, wenn er für den SWR 3 grillt. Nun ist es endlich da, das Grillbuch des Meisters. Auf über 125 Seiten bekommen Sie gut bebildert jede Menge Inspirationen für Ihre nächste Grillparty. Der Preis von ca. 17 Euro ist angemessen. SWR 3 Grillparty mit Johann Lafer erschien im Hehl Verlag.